ja hallo erst mal und herzlich willkommen zu kriegs spielt mein kopf mit dem display vom niederrhein in dem wir immer noch hier uns einen weg nach unten graben warum weil wir noch nicht gut angekommen sind oder weil wir es können wollte gerade sagen die diamanten schaufel könnte auch mal wieder ersetzt werden ich glaube ich muss ja auch noch ein rand bauen glaube ich was haltet ihr davon ich mache das mal folgendermaßen ich springe aber eben runter das tust du bitte nicht da und dann in die richtung weiter so ja das ist eine gute idee da und da und da und dann noch ein kleines lichtlein drauf ja das ist gut dann wissen wir dass wir da aber es nicht runter springen wir wollen aber da weiter und dann da und dann hier auch noch mehr oder weniger jetzt ist mir so ein bisschen die sich nach außen genommen worden acht und wasser wasser gebaut heute ja ist doch schon mal okay hier kann man das kann man so machen da brauchen wir gleich weiter nach unten buddeln dann machen wir das hier wieder aus machen wir hier noch so ein blickfenster rein was haltet ihr das mal sowieso 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 da ist ja auch irgendwo wieder in der lente oder also immer noch ein bisschen kupfer kann man so machen oder finde ich das nehmen wir mit sind noch mehr drin da ist noch mehr drin das viel mehr drin guck mal da ist auch was drin für uns hier lohnt es aber ein bisschen licht hier an so sowieso was das ist noch viel zu viel zu wenig kopffreiheit hier so und so und dann kann man die da wieder einsammeln hier das war nicht direkt sofort lasse füße holen schön aus hier oben ist auch alles gut da ist der weg und da ist unsere kiste könnte ja auch mal eben kurz hier noch so ein bisschen vor weg machen und hier dann ja auch was ich nur und da ist das geht schon wieder so steil runter hier auch leute wie kohlen sich nach unten dann ich muss eine seilbahn bauen oder sei bei mir eine gute sache nein das kupfer da vorne mit ich wollte heißen haben einer von euch hier irgendwo heißen dass ein bisschen kohle noch mal leuchtbeeren ich glaube wir müssen weiter und bringt alles überhaupt gar nichts das ist so dunkel aber oder heiße da heiße ich von hier aus hier wieder hin ein bisschen nicht runter springen sondern einfach mal nur gezielt irgendwo hingehen weg bereiten so oder so oder anders was uns ein paar luftschlösser hier bauen könnte ich ja schon weiter nach unten oder ja kann man immer hier zur seite da da aber hier auch ein bisschen ja das ist gut dass das gefällt mir da muss ich nicht so unterspringen aber wo springen ich springe gleich runter weil ich mich runter abgeschossen werde wer schießt hier hey aber von der bauaufsicht oder was und wo kam der pfeil hatte jemand gesehen hat sich immer das kennzeichen gemerkt an irgendwo aus dem dunkeln das ein eisens stück ein einzelner blog da willst du hin du warst also ich verdichte die jetzt einfach mal du bist der einzige die ich sehe wenn der da ist gehe ich nach da oder was okay das mit dem eisen klotz da abholen das hat sich glaube ich erledigt das lohnt sich ja will ich nicht die kupfer stücke da oben mitnehmen aber ich möchte trotzdem eisen haben okay ist die frage sollen wir da ein bisschen weiter buddeln wir machen jetzt einfach mal vor und dann versuchen muss von hier aus mal ein weg zum eisen zu füllen also ich meine hey guck mal also gerade spontan vorbei gekommen man muss auch glück haben das war jetzt noch nicht gut weiß was aber immerhin das haben wir schon mal mitgenommen wenn wir jetzt da gibt es dann tief wo ich ausgemacht habe die befürchtung dass ich das war so 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 nur zur erklärung wo es lang geht nein wer ruft denn da jetzt an ich kann gerade überhaupt gar nicht geht echt überhaupt da muss ich mich dann gleich mal melden wer muss ja auch immer am samtag morgen an haben die leute sonst durch die woche keine zeit mehr anrufen konzentriere jetzt wieder auf das was ich tun muss wie wäre es zum beispiel mit eisen finden ein ganz tolle sache hier guck mal durchgang in eine ganz neue welt möchte ich wissen wo der hin führt ja das wollen wir wir wollen was neues entdecken neue ländereien neue leute neue freunde ich bin mal gespannt wie freundlich die hier sind hallo hallo hallohu hallo histogrammi hommes ich glaube ich mache hier noch ein bisschen weiter ein bisschen mehr kopffreiheit kriegen hier und durchblick kriegen ich glaube die ecke ist gut geht ihr ihn auch er kann aber nicht hochkommen wenn ich jetzt ein bisschen bau mir gleich um die ecke kommt ich sehe dich und creeper in einem bild könnt ihr leuchten den zwischen euch vielleicht noch mal eben ein bisschen mehr bewegen mehr leuchten hallo creepy guck doch mal ein foto machen wir guck dir nicht okay komm lass das mit dem foto das wird jetzt eine spannende sache hallo 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 kommt dran ist ein runter gehe dann fliegt ihr mir um die ohren ich habe dabei soll ich immer benutzen kuckuck ja und ich hatte nur sechs pfeiler total hätte gut ein das funktioniert er hat was fallen gelassen will ich da jetzt runter oh ein bisschen licht hier so ich höre schon wieder irgendwann skelett ich möchte noch eben da da kommt da kommst du dran da möchte ich dran vorbei so 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 was denn jetzt mit einer fackeln hinbaus kann es natürlich da nicht rumlaufen das ist richtig dann können wir ja später vielleicht da wieder hochlaufen so wir nehmen jetzt also es ist das war trickstunkel hier auch schon wieder was grünes im auge gesehen was wir gehen jetzt erstmal hier hin und machen mal ein bisschen verlichtigen so dahin und dahin und dorthin und dann von da oben irgendwie einer kommen ist da oben eine hülle könnte sein man weiß es nicht so genau okay so wo man also so gern ich ja tun ein sammler aber das ist ja schon sehr viel hier ok wenn ich den da bau und den da bau dann vor ich muss mal eben was essen ich hab noch nicht gefunden wo ist er wo ist er daneben hälte aber der lenkt jetzt ab ich kann so nicht weiter arbeiten ähm pass auf so so kann ich weiter arbeiten äh ist nur die frage wohin ich wollte eigentlich doch in eigentlich wollte ich nach unten ja mach das doch bau doch einfach hier eine treppe nach unten was hältst du davon da geht's doch runter mit ein bisschen licht wird das ja hier auch eine sache so guck mal treppe 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 du 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 okay bau mal ein bisschen kupfer ab vielleicht ist da hinterher noch irgendwo ein bisschen heisen zup 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 oh oh da ist schon wieder ein loch doch ich weiß nicht ob das eine gute idee war ähm ich meine mit guten ideen habe ich jetzt ja meistens so nicht so ne ich hätte da jetzt gerne eine stufe das war so dass ich da nicht direkt runter plumpse hm ich glaube da ist doch das skelett so ist das jetzt kommst du jetzt durch was ist denn ach da war ein teppich drin meine herren so kann man doch nicht arbeiten hier so wo ist das skelett ich sehe es nicht ich sehe generell nicht so viel ist das alles gut so können wir lassen brauche ich mich da rein eigentlich nicht da unten ist da unten sind zwei endermänner guckt da nicht so hin so und das kleid war doch immer da unten betonung nicht auf war ok dann gehen wir doch weiter in die richtung was uns denn da erwartet nicht so cool Leute räuche hier sei leise willst doch nicht den ganzen ganzen Nachbarschaft wecken oder was oh oh das war jetzt nicht so geholt ok hier war doch irgendwo das skelett also es wird zu dunkel hier ok gehe ich da jetzt rein gehe ich da rein nein nicht gleich so ich bin mir noch nicht sicher ob ich da wirklich runter möchte aber ich tu das jetzt einfach mal warte mal was ist das fliegende fliegende Fische fliegende Fische im Wasserfall ja kann man machen ist cool ähm ich möchte gerne ein bisschen ausweichen hier oh macht doch nicht so einen Krach hier äh 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 eisen oh man kann da auch auf diese kleinen tippen so jetzt werde ich erstmal wahllos Laternen verteilen das hier ein bisschen ausgeleuchteter wird ok ok das ist schon fast zufriedlich hier äh da ist noch eins super jammer nicht rum jammer nicht rum jammer nicht rum lauf und verteile oh das ist okay das kann man machen hier so ne wundert mich trotzdem wo jetzt das Skelett hinten ist das sind diese Spielgeräusche man oder man 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 oh alles klar bei euch hallo ja Ferdinand nennen wir ihn Ferdinand der ist ja süß oh cool da ist noch mehr davon hm kann man mit denen eigentlich irgendwas tun wahrscheinlich ich weiß noch nicht was aber ich soll dich vielleicht noch rausfinden guck mal jetzt kannst du viel mehr schwimmen du hast viel mehr Platz zum schwimmen oh ähm ein Mini Ferdinand wir haben ein Mini Ferdinand ok also wie ihr seht ich bin unten angekommen was wir hier unten machen und wie wir wieder rauskommen und ob ich jemals wieder den Weg nach außen finde äh das seht ihr dann in der nächsten Folge in diesem Sinne schöne Grüße wieder rein und Schipps ich hab nur noch eine Fackel eine Fackel oh da ist ein Fisch gestorben ich glaub da ist ein Fisch gestorben oh nein ja warum springst du auch aus dem Wasserfall ok ähm hier war der Aufgang das brauch ich zur Orientierung ok bis dann tschüss 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 tschüss